Hallo, ihr seid jetzt bekannt aus der Rundstrecken-Szene im Suzuki gehabt. Ganz, ganz erfolgreich und jetzt das erste Mal auf Freitifahrt. Wie geht's dann? Ja, auf Freitifahrt. Wir können jetzt nicht mehr so viel runter. 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 Wir können jetzt nicht mehr runter. Wir können jetzt nicht mehr so viel 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 runter. Wir können jetzt nicht mehr so runter. Wir können jetzt nicht mehr so runter. Wir können jetzt mehr so runter. Wir können jetzt nicht 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 mehr so runter. Wir können jetzt mehr so runter. Wir können jetzt nicht mehr so runter. Wir können jetzt nicht mehr so runter. Wir können jetzt mal runter. Wir können dann auch runter. Jetzt weiß ich das an, was wir. Musik Jetzt für seinen Auftritt hier bei uns, Riesen-Temper! Riesen-Temper! Auf den wollen wir uns natürlich anklicken. Und der Name wird auf der Zeitlichkeits-Van der Führungs-Fivalität, hier ist er, Christoph Zee-Omer und Patrick Horstner! Was sind die Leute, die hier rausgettern? Es wird ja sehr vertreten. Christoph, erste Karte von gleich zehn? Ja, ganz gut, was? Und richtig, was? Hast du jetzt gewonnen, dass die Dame angeweist von der Seite? Ja, ich glaube, es wird schon überwiesen werden. Hörst du jetzt auch zur Lobie? Ja, ich weiß es. Gerade mit dem Problem, die Hundstreckel-Fahrer fahren ja eigentlich immer allein. Man wird das bestätigen. Nicht so fangen, als wenn du beide da und quatscht mit dir. Alles geht!